So, wie viel Fizierung hier heute? Mal wieder. Verlängerung mit, was haben wir jetzt genommen? Zeitlos. Ja, ja, genau. Acryl. Verlängerung mit zeitlos Acryl gemacht auf Schablone. Das, was ich jetzt habe, ist das Make-up-Aufbau-Gel oder Make-up-Gel von IconIQ. Ich muss noch mal ein bisschen hier ins Fokus, hier in den Fokus. Das ist total super, weil das sehr schön standfest ist. Man kann da einen kompletten Aufbau mit arbeiten. Es wird nicht warm, wie mein sehr empfindliches Modell vorhin schon mehrfach begeistert titulierte. Und ich arbeite hier eine Kombination. Also es sind ja einige, die mich doch immer gefragt haben, wie machst du denn? Hä, wie arbeitet es in Kombination? Ganz einfach, Acryl und Gel miteinander. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, könnt es ja auch andersrum machen, dass ihr einen Aufbau macht mit Acryl und das French-Gel obendruck. Das geht auch. Und ich arbeite das gerne so. Und ich wollte das jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert, mit diesem Gel den Aufbau zu arbeiten. Und seht ihr da, es funktioniert. So, Bilder davon gibt es dann bei Facebook. Das stelle ich euch als Link drunter. Oder in die Kommentare und dann könnt ihr euch das da anschauen. Dino Norma. Okay.